Die perfekte Frau Bea trifft Eddie im Café. Guten Morgen, Bea! Wie geht's? Ich habe später ein Date. Super! Aber ich bin ein bisschen krank. Das tut mir leid. Ich bin so müde. Und ich habe Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Du musst zum Arzt gehen. Nein, ich will nicht krank sein. Ich habe heute Abend ein Date. Vergiss dein Date, Eddie. Ich kenne die perfekte Frau für dich. Wirklich? Ja, sie ist sehr nett. Und sie ist intelligent. Ist sie auch lustig? Sie ist sehr lustig. Sie ist perfekt für mich. Wie heißt sie? Frau Dr. Hansen Du musst jetzt zu ihr gehen. Denn du bist wirklich krank. Ich lache. Ich lache. B ужеiht. falling. B Ich lache. Ich lache. Du bist dein Alex. Ich lache. Ich lache. Ich lache. Ich lache. Schade. Untertitelung des ZDF, 2020